Ich habe Sie gesehen bei der Verleihung der Fritz-Walter-Medaille damals, da war Ihre Mutter mit dabei. Nach dem Ungarn-Spiel standen Sie auch mit Ihrer Mutter da. Also welche Rolle spielt jetzt speziell Ihre Mutter und auch die Familie für Sie, um jetzt weiter geerdet zu bleiben? Ist das wichtig für Sie? Ja, also bei mir ist es so, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe, zu meinen Eltern, zu meiner Schwester. Und ja, so bin ich eben aufgewachsen. Und das war auch mir selber immer wichtig. Ich habe den Bezug zu meiner Familie und auch zu meiner Heimat nie verloren. Und mich freut es eben einfach, wenn dann auch meine Eltern bei einem Spiel da sind. Meine Familie, meine Freundin, auch Freunde, die jetzt da waren. Und ja, es ist einfach schön, wenn da jemand beim Spiel zuschauen kommt und sich mit einem freut und mit einem gewinnen.